Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Simstrides Generations. Ja, und so. Wir sind anscheinend im vierten Jahr schon. Oh, das letzte. Das letzte Jahr. Reden mal über Natur. Ja, das bekomm ich auch hin. Mit nem Verwandten sprechen möchtest du? So, anrufen Sim. Nur plaudern. Simstrides enthalten sich gerne mit ihren Verwandten. Sein Sim, mit denen verwandt ist. Sie teilt zum Redenmenü. Okay. Aber sie redet ja mit jemandem. Ja, das gilt nicht. Alles klar. Danke dafür. Also. Am Samstag kommt ein neues Video. Aber ein Infovideo. Ach, das geht. Ach, das geht nur mit. Ah, okay. Blog über Kunst und Handarbeit. Kunst und Handarbeit. Haben wir wieder mehr Erfahrungspunkte. Wir haben ja nur... Wie viel haben wir? Wir haben ja nur... 156.000... Fast 26 sagen. Wann haben wir Unterricht? Oh nein. Wir müssen doch... Wir müssen doch lernen. Was ist mir gerade so eingefallen? Nein, lernen lieber. Das ist egal. Wissen Sim, für Gartenarbeit. Wissen sind für Gartenarbeit. Ja, da muss aber gar nichts gemacht werden. Wir haben halt alles genug. Wir haben halt alles genug. Genug Geld. Genug alles mögliche. Drei Stunden bis zur Abschlussprüfung. Okay. Okay. Drei Stunden bis zur Abschlussprüfung. Nein. Achso, das war doch richtig. So. Schreib mal Hausarbeit. Oder hier. So. Es sieht aus, als würden sie es mit Paint machen. So. 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 Recycle die. Ich will über Hobby reden. Und dann nimmst du diese Zeitung rein. Nimm die mit. In 60 Stunden beginnt für diesen Sim das wahre Leben. Deswegen sag ich ja, Sims 2 Generations neigt sich langsam den Ende zu. Hausarbeit. Nein. Für dich habe ich was anderes vor. Wo ist denn mein Buch? Da ist es. Ich habe für diesen Sim was ganz anderes vor. Ich muss auch mal hier in die Bude zurück. Ja. Und auf jeden Fall, das kann ich ja sagen, auf jeden Fall plane ich ein neues Let's Play. Keine Ahnung, was es sein wird. Es wird halt entweder Sims... Es wird halt entweder nochmal Sims 2 Generations oder Sims 4 Generations. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, den Fernsehen packen wir mal ein. Weil, den brauchen wir nicht. Das nimm mal mit. Das nimm mal mit. Ich glaube, das andere lassen wir alles für sie. Das haben wir ja halt gekauft. Das ist dann für den nächsten. Xenobiologie. Wer untersucht hier wen? Alles klar. Von 20 bis 22 Uhr. Klasse. So. Hier soll es ja nicht nur ums Lernen gehen. Was für die Überleitung. Weil die lernen. Also auf jeden Fall. So. Du kannst ja mal E-Mails schicken. Ja gut, bei dir ist es jetzt extra etwas zu wenig. Das akzeptiere ich nicht. Schick du mal eine E-Mail an... Deine Mutter. Ich glaube, sie freut sich schon. Der Tag, wo es... Ähm... Wo das wahre Leben beginnt, kommt immer und immer näher. Es sieht aus wie russisch, das hier. Das sind die Mutter und sie keine Freunde mehr. Nee. Ja, aber besuchen werdet ihr euch eh. Von dem her ist es nicht schlimm. Wir rufen noch mal bei Mutter an. Antworten. Ah. Der Chip ist egal. Ähm... Wo war's denn jetzt? Handy, Handy, Handy. Ähm... Jetzt. Hier. Nur plaudern. Seminararbeit schreiben. Oh, klar. Ich will mich nicht. Ja. Ständenverbindung. Aha. Wir rufen diesen... Nein. So. Wir rufen noch mal jemanden an. Wo ist denn der? Nein. Ähm... Ja, hier ist er. Nur plaudern. Der ist auf dem College, wenn wir fertig sind. Der scheint ja nur Müll zu reden, der Typ. Ja. Du bist sicher beschäftigt, aber ich wollte dich nur mal anrufen. Damit wir in Kontakt bleiben. Aber natürlich, alles gut, Mutter. Du wirst doch mal fertig. Ähm... Rumbasteln. Was ist doch mal ein bisschen an der Badewanne? Ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, aber... Ich hab mein Handy jetzt nicht hier liegen. Sonst könnte ich es jetzt googeln. Aber für irgendwas wird es schon gut sein. Oh, man hört die einfach bis hier. Ich glaub, so verbessern... War es nicht so, dass es so das Objekt verbessern? Oh, ja. Latsch mal da hin. Zum Unterricht. So. Jetzt hat der Unterricht begonnen. Wann ist denn die für... Wann ist die denn für... Ah. Alles klar. So. Du redest jetzt nicht über das Hobby. Wir wollten E-Mails checken. Und ich wollte auch gleich die Folge beenden. Ah, bevor ich's vergesse. Es gibt auch, ähm... Neue Let's Plays. Die muss ich halt auch noch aufnehmen, aber es werden auch neue Let's Plays erscheinen. Ich sag halt nur so viel. Es ist ein Sonic-Spiel. Weil... Ich gehöre immer noch zu der Gruppe der Sonic-Fans. Nur wenn's halt nichts von Sonic gibt und so, dann spiel ich halt schon mal Sims und so. Sims spiel ich auch echt gerne. Ach, Moment. Nein, nein, nein. Über irgendein bestimmtes? Nee. Rede über Natur. Das ist eh wichtig. Ja. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall auf eine positive Bewertung freuen. Und ein Abo, das ist kostenlos. Dann verpasst du wirklich gar nichts. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Tüss.